Chill Streaming Zoomer Ja, nice ist der Name halt Ganz ehrlich, gegen den Namen kannst du nix sagen For real, Bruder Ah, man kann sich jetzt nen Namen geben, oder was? Jaaa, so halb Och nee Aber guck, Rolfeld ist doch cool Ja, ich hab jetzt schon Spaß, dich festzuhalten Alter, was ist mit dem ganzen Sammels? Hahaha Digger Ist das der japanische fucking Clan, oder was? Junge, ey Du musst als Vergleich so Diese Bilder von diesen Statuen Von diesen Lebensstatuen haben Die so samt in der Reihe stehen Ich hab gewonnen Ich auch Also wir haben einfach gewonnen jetzt Junge, wie viele Samurai Das sind einfach Samurai Alter, die ganzen Samurais, die gestorben sind Okay Jetzt sind wir gleich tot Oh mein Gott Dieses Weihnachtsmann-Ding Das ist der Flex, das ist Twitch-Prime, Bela Oh mein Gott, das ist so knapp gerade Ah, das wird knapp Guck mal, wie der Typ, der steht an der Kuchensohn Ja, aber... Ja, so mach ich das immer Ich bin durchgerannt Puh Oder du gehst da am Rand Nimm das Glücksspiel, nimm das Glücksspiel Was ist das denn da? Ganz am Rand, ganz am Rand, ganz am Rand Hashtag Okay, haben wir alle verloren jetzt? Nein, ist noch weiter Wir sind einfach für... Wir müssen zugucken, wir müssen hoffen, dass kein Samurai gewinnt Wir müssen beten Fang an, fang an türkisch auszumachen Warte, wir beten auf chinesisch, das geht besser Weiß, das sind nur zwei verschiedene Kids Ich hab gesagt, ich bete für den großen Metri-Abi-Wala Ich, ich hab gesagt, ich bete für den großen Metri-Abi-Wala Oh, oh Ich meine, ich hab zwar nicht Metri drin gehört, aber oh Ja Nein! So ein Bastard! Was bist du denn für einer, dass du den Weihnachtsmann zugucken willst Weil er denn nicht Samurai ist Und ich will nicht, dass er Samurai gewinnen Das ist rassistisch, mein Freund Ah, du kriegst doch beim Auflaven ab und zu Kronen geschenkt Für die Leute, die nicht spielen können Du, du musst so Caps-Lock-Titel, erste Krone, Leute So auf Win anleuten Aber eigentlich nur eine Eigentlich nur eine Stufe Wins Geil Ja, okay, ich komm raus Muss man eigentlich machen jetzt Metri-Abi hat gesagt Drei Sekunden noch vorlesen Falls ich an Diabetes sterbe, möchte ich, dass Metri auf meinem Kanal Schwulen-Pornos hochlädt, bis ich Gebannt werde Ja, aber auch unter Yoga Unter Nackt-Yoga Ist das alright? Ja, 12 R hätte ich jetzt gesagt Warst du wirklich so wenig FPS, Digga? Ja, ja, nein Du kannst es nicht spielen, es geht nicht Äh, du hast nicht so viel Nein, wirklich, ich hab Kann man das irgendwann drängen lassen? Du kannst Screenshot machen Ja, dann wird ja noch weniger FPS Und das wird sowieso Dann ist das so 3 FPS Dann ist das so aus den 80ern So ein Daumenkino oder so bei dem Upgrade Upgrade Kann man sich nicht in die Mitte stellen? Wenn man das kann, dann weil nicht Ah, ne, man bounced die ganze Zeit Okay Okay Ah, ah, voilà Digga Äh, was war Kirsche? Kirsche war hier, Kirsche war hier Ja Ah Oh, wir fielen runter Digga Oh, Junge, komm her Ah, oh, Metri Komm, wir sterben zusammen, wenn wir sterben, okay? Ich bleib bei dir Warte, orange Köche Ich nehm alles, was du Arrange Köche Melone Traube, orange Köche Melone, Traube, orange Köche Melone, Traube Ich find's cool, wie ich nur Metri Ist immer ins Finale schafft Go, Metri Kannst du es bitte nochmal auf Japanisch sagen? Oder Chinesisch oder whatever Tuixing Dong Tuixing Dong Hashtag No Racism Das ist wie mit No Homos Solange du am Ende sagst Ich kenn einen Schwarzen Dann wirst du nicht rassisch Dann wirst du nicht rassisch Dann wirst du nicht rassistisch Dann wirst du nicht rassistisch Ja, es ist, es ist, okay Wir verstehen Wir verstehen Verstehen But you ain't got the N-World Pass Shit You gotta earn it, boy Dafür musst du mindestens zwei kennen Oha Alles clean Alles clean Also Niemand Die Leute Im Bahnhof von Berlin Nicht 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 clean Was machst du da? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Was machst du? Nein! Ich hätte nicht springen sollen Wäre ich nicht gesprungen, dann wärst du okay Ich hab irgendwie die Hälfte deiner Spielstunden in diesem Spiel Ich hab Was? Bestimmt, ja 62 5 Leg jetzt Ist mir egal, dass du nur 15 FPS hast, du spielst mit Was? Der ist einfach Pyrocynica ylie Ich hab echt eine Lache Ja, hallo also Nein, nein, ist okay, du weißt eh nicht, was er gemacht hat Von daher, Bela, du kannst nichts dafür Und ja, und der macht sich immer eigentlich über sowas lustig Und dann Macht der nicht nur Furry Porn, sondern hat auch versucht, einen 15-jährigen zu groomen Achso, ja, der will ihn verführen, dass er sich im echten Leben mit ihm trifft und so, und dann vögeln oder so. Die Samurais sind wieder da. Das mache ich auch immer. Ähm, Stürmer bin ich jetzt. Geh weg! Wo? Nein! Bist du vor mir raus? Nein, ich lebe noch. Was ist mit dem los? Ah, der fliegt. Cool, Ere. Wir haben einen Hacker drin, also schminkt euch das Gewinn schon mal ab. Wir haben einen Hacker drin. Da fliegt jemand rum. Ich bin sowieso, aber ich bin weitergekommen. Ah, okay, das ist auch was. Bela! Was, ich habe ihn gewonnen. Ja, Bela! Ja! Let's go! Let's go, Champ! Let's go, Champ! Oh, er ist fast. Er wird uns im Rennen holen. Alter, die ganzen Samurais. Boah, das ist wie meine Kotze, nachdem ich getrunken habe. Äh. Ich bin cool, Kinder. Die in der Wodkaflasche? Ah! Ja, die... Nein! Das ist echt so scheiße. Bela, hast du gerade gesagt? Oh nein, oh nein. Oh nein! Gelasten, Mitri. Bela, du schaffst es nicht. Mitri hat... Ich hasse diesen Samurai, ich habe es halt eigentlich geschafft. Diesen einen Samurai. Ja, er hat mich festgehalten, ganz am Ende. Bist du drin, Theo? Nein. Oh, geil. Ich wurde, ich wurde ganz am Anfang von der großen Menge weggeschoben. Los geht's. Wir sind das Kollektiv. Jetzt können wir einfach so sagen am Ende immer so, ja, wir haben gewonnen und dann gucken wir den anderen aber gewinnen zu. Wer nicht im Kollektiv ist, wird gemobbt. Boah, die Prozentzahl der Samurais steigt. Was ist das eigentlich so? Ist das so eine massenpsychische Krankheit, dass alle auf einmal Samurai wählen? Will ich? Kauf ich. Genau. So, Teddy, Alter. Das ist wie deine Mutter. Ah, ich bin so ein Martin. Theo, komm her. Nein! Bitte. Die Spannung. Die Spannung! Mitri, nein! Auf die andere Seite, schnell! Schnell! Okay, okay, okay. Nein, schieb nicht, schieb nicht! Nein! Walla, schieb nicht! Walla, schieb nicht! Walla, schieb nicht! Walla, schieb nicht! Oh, wo ist das? Rechts, 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 rechts. Rechts! Rechts! Neeein! Oh, nein! Du hast mich verraten und deine Ehre zu dir. verraten. Oh mein Gott, Blevins. Tyler Blevins einfach. Heißt der so? Der heißt Ninja Tyler Blevins. Der heißt... Was? Was ist gerade passiert? Ich habe das Bild, warte, ich google es kurz und schicke es rein. Ich schicke einfach... Ah, er ist... Okay, kopieren. Hier, er ist Richard Tyler Blevins. Du schaffst Memory einfach nur nicht, weil du Smallbrain hast. Sagt der, der Memory auch bis jetzt noch nicht geschafft hat. Wir sind Small... Ey, ey, wir sind Smallbrain Team und Metri ist SmallPP Team, okay? Komm her, du Früchtchen. Früchtchen. Ah, Puppe, geil. Samurai-Brüder sterben zusammen. Nein, nein, Mann. Ich sterbe aber nicht. Ich habe auch... Ich habe auch mit Theo geredet. Ich sehe, wann er wie immer drunter fällt. Fällt in seinen Tod. Bitte. Ja. Oh, es war so knapp. Ich weiß. Letztes Mal, wo ich hier bin. Mann, Alter. Ich hoffe, der stirbt dann Krebs und seine Frau. Ja, ich will mal... Diesmal ist das Teil nicht da. Wie unfair. Ah, oh, Digga, nee, nee, oh, ich habe so... Ja, was ist passiert? Ich hatte, ich hatte wirklich fünf FPS. Ich schwör's dir. Ich hatte wirklich fünf FPS. Ich konnte nichts machen. Hast du die FPS-Anzeige da, oder? Kann man die anmachen hier? Du hattest fünf FPS, du schwörst. Einfach nur, da steht dann einfach so im Menü Ausrede aktivieren. Der Typ hat einfach aufgegeben, der Blau. Ähm, Theo, du warst ja überrascht von meiner Spielzeit. Ja. Wähler, sag ihm mal, wie viele Stunden du in dem Game hast. Wo sieht man das nochmal? Äh, Shift und Tab und dann oben. Ja, und jetzt sag mir, wie viel du insgesamt hast. Unter 200. Digger, sag... Unter 200? Digger, sei nicht so behindert, sag doch einfach. 186. Boah. Und der ist immer noch so scheiße wie du. Ich kann nix machen, Digger. Die FPS sind aber auch schlimmer geworden, muss man sagen. Aber am Anfang waren die besser. Auf seinem PC ohne Grafikkarte kann er aber auch nichts anderes spielen zu seiner Verteidigung. Auf Minecraft geht. Minecraft geht. Boah. Übertreibt mich. Minecraft kann ich spielen. Vielleicht kann ich noch Tetris spielen. Ich erstelle einen Patreon-Account für dich. Nein, nein, nein. Ich meine, äh, GoFundMe, GoFundMe. GoFundMe und dann einfach so Bela, kauf mir gerade eine Karte. Ich möchte Fortnite-Guys spielen. This poor German boy is so, is so, äh, fucking, warte, du musst so einen richtig langen, über, überkrankten Text schreiben. Den Bela so richtig so, er ist Tet, er ist alleine, er hat keine Freunde, er hat nur seinen PC. Und in, und in dem Video ist er dann so, hallo Leute, ich bin's, Bela, let's play. Yo Leute, ich bin's, Mr. Mobile Games. Geht auf mein Store in, äh, Clash of Clans und gibt meinen Code ein. Meine Mutter ist gestorben, um Free Gems zu erhalten, ja. Dann kriegt ihr 300 Free Gems und 50% Discount auf... Mordwaffen, keine Ahnung. Ja, Mom, Mom. Dann kriegt ihr 50% Discount auf 4 Kilogramm Crack. Man muss sich ja über Wasser halten, ne? Es geht jetzt schon um die Wurst, ne? Ja. Ich will dir ja keinen Pressure machen, aber wenn du jetzt verlierst, ne? Ja, das ist ein Wasser! Ja, das ist sein Job. Oh, 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 oh! Okay. Ich hab grad Casey... Hey! Oh, okay. Jetzt ist schon mal... Oh, komm, den Schwung schaffst du, bist du blöd? Nein, ich wollte ihn remote machen, aber es ging nicht. Okay. Okay.